Ich habe ein bisschen nachgedacht, Franzl. Es gibt einen alten Freund. Der hat vor ewig langer Zeit eine Saison bei uns im See verplanscht. Otto Treschniak heißt er. Und dieser Otto Treschniak hat mitten in Wien eine Trafik. Eine richtige Trafik. Mit Zeitungen, Zigaretten, Schreibwaren und allem drum und dran. Und das schuldet mir einen Gefallen. Jedenfalls habe ich ihm geschrieben, dem Otto Treschniak nämlich, ob er eine Arbeit für dich hat. Das heißt, du machst dich morgen auf den Weg nach Wien. Wien, Franzl. Das anhet, du machst dich krach. Vielen Dank.